und 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 ich glaube das liegt jetzt ziemlich lang hat es geklappt? das geht ja auch ach so jetzt einfach bloß da oben wo so ein paar ist halt ein paar mal hoch ok jetzt vorne mit der Tasche geil was muss ich machen? abspeichern einfach einfach in mein Apartment rein oder halt so ein Teilungsgeschäft ist egal ich stehe halt direkt neben meinem Apartment ach so ja wie du willst ok als ob das so einfach ist anscheinend damals hab ich es nicht mehr ok damals war es glaube ich auch ein anderer Glitch ja mega nice jetzt höre ich die Tasche also wenn du sonst noch andere Sachen brauchst Polizei Outfit und so ja Polizei Outfit könnten wir eigentlich auch noch machen hm können wir dann nachher von mir aus gehen aber erstmal machen wir dann den Job zu Ende ja äh gib mir kurze Minute ich will nur noch einmal zum Psychopathen werden hier ok also Spielertöten ey in der Rolle mit dem Präzisionsgewehr habe ich einen Kopfschuss gegeben ja also doch ich lach selber lol hier ist einer drin die ganze Zeit wenn ich hoch und runter mache erinnert sich seine Maske ich guck grad bei Spielern durch und seine Maske ändert sich durchgehend er hat immer die die ähm Halloween Masken an war schon wieder eine andere hier ist ok Oh, jetzt hat er doch den ganzen Meer die Kopf gesprengt. Okay. Geh ich da zu sein schonmal. Okay. Ich da zu sein schonmal. Ja. Okay. Ich hab jetzt endlich die Sporttasche. Ja. Äh, ich komm sofort. Ich muss nur eben noch. Wie gesagt. Ja. Ja. Achso. Ja. Keine Ahnung. Schätze schon. Auf jeden Fall dann noch das Polizei-Outfit und dann nochmal Outfit. Also diese Tasche mit dem Glitch nochmal auf alle Outfits machen. Ich hab'n mit dem Granatwerfer. Krass. Geh. Achso. Naja. Ja. du laufst das sch- na ich will ne auszeichnen ja kriegst du ne auszeichnen die als ganky na da war ja was versuch gar nicht aus mich zu töten du kannst mich machen und gleichzeitig weg von mir über so warte mal ich komm bei dir rein ich hab jetzt dreieinhalb striche so also vier ist es nicht mehr so es ist mir schon wieder so ich muss kurz eben den laden im auge behalten oh zwei leute sind auf einmal tot warum hm ganz komisch wie gesagt das spiel ist eigentlich kaputt das ist im geschäft und will sachen kaufen das tut mir aber leid ich wollte auch vorhin sachen kaufen die haben mich getötet ich die machen es nicht gleich die mit Der steht vor mir. Der spawnt einfach vor mir. Ich mach noch mit ihm den Raubüberfall fertig. Und dann wollten wir Missionen machen. Okay. Weil ich bin grad gegen ne ganze Organisation am Kämpfen. Lass mich raten, sie verlieren alle. Ja. Es war so klar. Stimmt aber nicht. Oh, die wollen in den Helikoptern. Ne, ne, ne. Das nicht. Das nicht. Ich hab's gleich geschafft. Mir fehlt nur noch ein halber Strich. Also noch zwei Spieler mindestens. Jetzt gehen die in nem Helikopter weg. Okay. Die wollen nicht mehr. Geisterorganisation hören die auch noch an. Und er ist tot. Okay, noch einmal. Dann hab ich's geschafft. Ich steh grad so nah von meinem Fernseher. Ich hab's sicher. Ja, ich bin sicher. Okay, cool. Okay. Okay. Okay.